Zu einer zünften Wiesn gehört auch sie die traditionelle Kostümparade. 9000 Trachtler in ihren schicksten Sonntagsoutfits trommeln und winken sie, was das Zeug ergibt. Agaudi finden die Zuschauer. Bei uns laufen auch einige mit vom Dorf und darum sind wir jetzt auch alle hier und möchten das ganz gerne anschauen. Da waren sie nicht alleine. Die Festzelte proppevoll ist, strömen die Massen, 800.000 Feierlustige allein am ersten Wochenende. Und zum Wiesenglück braucht es auch nicht viel. Laufen, was das Zeug hält! Vom Passisch anfangen, Topfenschömmung. Ich hoffe, das wird eine gemütliche Wiesn oder eine schöne Wiesn. Prost! Die Wiesenwirte sind mit dem Auftakt zufrieden. Hunderttausende Maß Bier wurden schon geleert und auch der Appetit rekordverdächtig. 13 Ochsen wanderten schon in die hungrigen Mägen, zwei mehr als noch im Vorjahr. Die Polizei hatte bislang nicht mehr zu tun als sonst und auch das Wetter spielt mit. Die nächsten Tage sollen sonnig bleiben. Es scheint so, als ob auch der Wettergott ein Münchner ist.